Was sind Sie bitte? Haben wir eigentlich schon bien für mich richtig flach mit zu heute Abend? Sind alle hier oder nicht? Die laufen Witze. Aua! Da geht sich gar nichts an. Da springt es! Das ist schön! Schönes Tor! Dann haben wir ja schon mal die Eigentore. Ja, ich wollte einfach nur, dass ich wirklich alle Tore in diesem Spiel mache. Wollte nicht, dass irgendein anders ein Tor macht. Wollte doch nur gucken, was er macht. Er macht nisch. Er kann doch nisch. Ja! 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 Nein! Ja! Ach komm. Das ist hafft. Das ist hafft. Wo ist Bonta? Wo ist Bonta? Da! Nein! Der kommt weg! Weg! Du ein großer Feuerballjugel! Turbo! Oh, da läuft einer! Hallo! Warte bitte! Auf mich! Na komm schon! Richtig gut, dass ich ihn angeschossen habe! So, down! Ah, fuck hier unten ist er... Ah, nein! Oh, die... Ah, hinter dem See sogar! Ah, ich hasse es! Ich hasse es! Oh, der hat nen Shit! Der hat nen Shit! Der hat nen Shit! Aha, nice! Der muss doch da hinten mal langsam kommen, der Pisser! Das kann doch nicht sein! Alles klar! Okay! Ich hab das da! Hahaha! Nach... Keine Ahnung, wieviel... Äh... Geführten Jahren Pause... Spiele ich jetzt mal wieder Konterstruck! Das war krass! Ah, meid! Rette mich! So, was machen wir jetzt? Aim on me, G! Geh mir aus der Sonne! Nein! Wir warten jetzt einfach alle hier! Was der, needle die! Geh mir mehr! Oh, ja,VELopot! Hann... O, lo, 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 lo! O, lo, 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 lo! Hallo, wut! Shut the fuck up, idiots! Ja, schön hässlich, schön Schlamm, schön, äh. Bats, Bats, ohne mach ich alleine. Ja, weil ich die Bombe habe, dann ist es immer vorbei, dann ist es schlicht im Schacht. Oh, come back is real. Drei Hits, zwei Hits, zwei Hits, jawoll, das wird. Uff, Kauferzeit. Wenn das kommt? Töte den Deutschen. Wenn das kommt? Das kommt? Ah, nein, Groll, äh. Der hat den, Alter, der hat sich genommen. What the fuck? Oh Gott, scheiße. Oh, oh, what the fuck, Mann. Gar nicht wahr sein. Frag mich gerade, warum rearmst du nicht einfach um Dings draus? Warum rearmst du dich einfach? Nichts, nicht, nicht. Oh Gott, oh mein fucking Gott. Nicht geheilt, ich geheilt. Easy to beackle. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Nein! Natürlich, Frode und der Tidy ist irgendwie trotzdem noch mal weiter. Bis zum nächsten Mal.